Ja, ein rätseliges, gruseliges und komisches Willkommen zur nächsten Folge von Rusty League Cube Escape. Oh, Börste! Ja, ich bin in der Börste. In der Börste. Ich brauche nicht mehr viel. Ich glaube, ich brauche nur noch zwei Stücke. Also mit der Zeit, das muss ich noch herausfinden, wie das überhaupt geht. Ich habe keine Ahnung. Probieren wir mal irgendwas. Wartet mal ganz kurz. Das da ist das, oder? Ah, das sind eh diese... Was ist mit dem da eigentlich? Ich schätze mal, dass das das ist, oder? Warte mal, geht das so? Ich weiß nicht. Weil da ist das nämlich so und da auch. Also ich schätze mal, dass das so geht. Schätze ich jetzt einmal. Und das muss ja das sein, oder? Schätze ich jetzt einmal. Aber wo gehört das Plus hin? Das kann nur dahin gehören. Oder? Das ist nicht einfach. Eins, zwei, drei, vier... Leute, schaut mal. Das muss stimmen. Wartet mal ganz kurz. Ich habe da drüben... Ja, genau. Da ist... ein Code. Wartet mal. Ich probiere mal was, Leute. Wenn das stimmt, wäre es eins, neun... Zweimal das... 1966, Leute. Das wäre es ja, wenn das jetzt geht. 1966. Boah, bitte, Leute. Bitte! Ich habe es geschafft. Und jetzt? Hallo? Rusty Lake, 1966. Ach... Stell dich deiner Vergangenheit, Dale. Nur dann kannst du deine Bestimmung erfüllen. Eine Uhr. Leute! Ja! Na, was kann ich mit der machen? Logischerweise... Also, ich schätze mal, dass es so sein wird. Nö. Es geht nicht rein. Okay. Gut, dann was anderes. Hier einfügen. Ja. Sehr gut. Haben wir das einmal geschafft? Also, war das richtig? Na, Gott sei Dank, Leute. Also, man weiß es... Man weiß es ja nie. So, und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was muss ich jetzt machen? Ich brauche noch einen einzigen Teil. Der Kühlschrank ist auch leer. Der ist leer. So wie bei mir zu Hause. Nö. Sehr gut gefüllt. So. Ich muss nur schauen, ob sich da jetzt was Neues tut oder nicht. Ich brauche noch ein einziges Teilchen. Das ist nur die Frage, was es mit der Uhr auf sich hat. Weil, das ist das Einzige, was mir jetzt tatsächlich noch fehlt. Das ist das mit dieser Uhr. Aber ich kann mit dieser Uhr ja nichts machen. Ist da am Telefon jemand? Nö. Die Katze will auch nichts mehr. Die ist schon gestillt. Der Hunger. Äh, Kacke. Leute, was hat denn die für eine orange Kacke, Leute? Also gesund ist, schaut das nun mal nicht aus. Ähm. Ich schätze mal, ich muss noch irgendwie Gin. Irgendwas mit Gin machen. Weil, schau dir mal. Da ist nämlich ein Brief. Da steht tatsächlich drin, zweimal Gin, zweimal Tonic. Aber, ich habe keinen Gin mehr. Den Gin, den hat er da drin. Es reibt sich. Leute. Was ist da oben? Da kann man auch nichts mehr machen. Es ist mit der Uhr, hat es was auf sich. Auf jeden Fall. Was kannst du mir noch geben? Lieber Papa, Ruhe in Frieden. Das ist ja schon fertig. Was haben wir da noch für Infos drin? Okay, das ist jetzt nicht wirklich was Interessantes. Das ist die Entschuldigung vom lieben Rabbit. Ah, Münze. Die habe ich gar nicht gesehen. Leute, ihr habt die Münze gar nicht gesehen. Ja, dann haben wir es. Leute, ich glaube, die muss da rein, oder? Ja, ich habe es. Und jetzt? Ich habe den Würfel. Oh, blauer Würfel. Geil, oder? Jo, wohin mit diesen blauen Würfeln? Wohin mit diesen blauen Würfeln? Hallo, ist der wer draußen? Wohin mit diesen blauen Würfeln? Ich schätze einmal. Oh, ich weiß gar nicht. Ah, da rein. Ja, das ist es. Hab's. So, und jetzt? Aha. Ach du Schande. Es ist alles wieder friedlich. Hallo, Katze. Hallo, Opa. Großvater, öffne die Schatulle. Welche Schatulle? Schau da mal. Die ist verschlossen. Ich muss die Schatulle öffnen. Hallo, Papa. Wie geht es deinem Opa? Wie geht es deinem Opa? Sehr gut. Hallöchen. Mama. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Sohn. Alles wieder normal. Ist das geil. Es schlägt das Mikro ab, Leute. Was haben wir da? Ach du Schande. Er ist verschlossen. Warte mal, kann ich es mit dem Schraubendreher? Nö, gar nicht. Ich brauche nicht den Schlüssel. Was haben wir da? Ach so. Baum. Okay. Gibt es da irgendwas, was ich übersehe? Ich übersehe ja viel, Leute. Es ist tatsächlich so. Ich übersehe so viel. Da ist alles normal. Ist im Kühlschrank was drin? Was haben wir da? Da ist schon wieder der Rabbit. Hallo, Rabbit. Geil. Leute, es ist wieder alles von Anfang an. Alles zu. Servus, Rabbit. Du Sau, wenn du, ich schwör's. Wenn du noch einmal kommst. So, wer steht da draußen? Niemand? Da ist auch nichts mehr. Hallo, Opa. Open the chest. Ja, kann ich ja nicht. Wie? Ja, wie denn? Ach du. Wahnsinn. Was ist denn da drin eigentlich? Kann ich das noch einmal aufmachen? Es ist alles von vorne. Warte mal. Ah, und dann noch ein Würfel. Es gibt ja zwei Würfel. Würfel, ne? Da kann man auch nichts mehr machen. Okay, ist alles wieder von vorne. Nur das Problem ist... Open the chest. Kann ich nicht. Hast du irgendeinen Schlüssel für mich? Geil. Der ist sicher da drin. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Okay, das habe ich einfach weggenommen. Die Münze. Natürlich. Schau da mal. Zack. Bam. Passt. Oh mein Gott. Eine Stibule. Äh, Pistole. Leute. Nein. So. Eine Pistole. Was mache ich jetzt damit? Muss ich jetzt meine Eltern töten? Ich weiß nicht, was man damit macht. Ich weiß nicht, was man damit macht. So. Wie ist dein Vater? Ja. Pistole. Ja, bitteschön. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja. Ich bin bereit. Ja. Geil. Und jetzt kriegt er einen auf die Mütze. Hallo. So. Und jetzt machen wir mal Musik. Und jetzt darf er mit der Pistole hier herum. Leute. Aber die Münze habe ich jetzt. Genau. Die kann ich wieder ins Radio reingeben. Happy Birthday to you. Ja. Aber der Opa ist bereit. Schau, du hast eine Waffe. Zücke die Waffe. Ja. 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 Weiß ich nicht. Okay. Der Opa. Ah, der hat ihn verschossen. Da liegt Zicke. Na bitte, Leute. Der ist tot. Der hat ihn verjagt. Super, Opa. Hallo, Papi. Woher wusstest du das? Weil ich ihn in die Zukunft gesehen habe. Dale, was ist heute nur passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, es ist schrecklich. Achso. Ist da noch was Neues drin jetzt? Nö. Dann nehme ich die Münze wieder. Es ist einfach ein Erwanschen. Nee. Ja, weil ich einfach gescheit, ein gescheiter Kopf bin. Tja, aber super. Boom. Peng. Geil. Boom. So geil. Gib mir die Waffe. Der freut sich voll. Der freut sich voll, dass er den Rabbit verjagt hat. Na geil. Wer macht das nicht, Leute? So. Dann würde ich einmal sagen. Ja, das ist alles zu, aber da brauche ich nicht rein, glaube ich. Da, die Münze wieder rein. Hallo? Funktioniert. Ich habe nichts Ahnung. Das geht da voll nicht. Äh, Geburtstagstorte. Ja, weil ich einfach gescheit bin. Wie oft noch? Was muss ich jetzt machen, Leute? Wie wusste ich das? Wie wusste ich das? Keine. So. Steht da was draußen? Nö. Da ist auch nichts Neues. Tja, schauen wir mal da an die Spur. Äh, der ist tot. Na Gott sei Dank. Mr. Rabbit ist tot, Leute. Und, äh. Tschüss. Wahnsinn. Ende. Richtig geil. Geschafft. Ich habe Börste durch. Ich habe Börste durch. Das finde ich so krass. Das ist so wirklich was. Ich will. So, Börste durchgespielt. Ach, du Schande. Das nächste wäre dann Theater. Oh, meine Fresse. Na, da freue ich mich schon. Cube Escape Collection. Wir haben nur noch zwei Missionen im ersten Teil von Rusty Lake. Juhu. Na, ist das nicht mega shitty classic? Cool, oder? Ja. Dann haben wir das einmal. Wir haben Börste durch Mr. Rabbit ist tot. Und, die Rache war süß. Und der Opa hat ihn getötet. So geil, Leute. Jo, also waren wir quasi in der Zukunft. Sind wir quasi, haben wir in der Zukunft geschaut oder sowas. Cool. Somit hatten wir das dann verhindert. Geil. Also, cool. Hat mir gefallen, Börste. War wirklich mega krass. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, mach's das gut. Game over. Und ciao.